Lass dich nicht von unserer Etikette täuschen, unseren Verbeugungen, unseren Ritualen. Der Tod umgibt uns in der Luft, im Meer und in der Erde. Vergiss nicht. Wir leben und wir sterben. Alles andere steht nicht in unserer Macht. Bei uns sagt man, jeder Mann hat drei Herzen. Eines trägt er auf der Zunge, sichtbar für die Welt. Das zweite in seiner Brust, nur für seine Freunde. Und ein geheimes Herz, tief verborgen. Wo es niemand findet. Was für ein Mann hat Macht in einem Land wie diesem? Der, der sich zeigt oder der, den man nie sieht? Werde ich hier sterben? Wahrscheinlich. Krieg ist unausweichlich. Leben und Tod sind gleichwertig. Beide sind von Bedeutung. Wir werden hier nicht sterben. Wir sollten längst tot sein, aber noch sind wir hier. Mein Leben gehört mir und deines dir. Wenn du das nicht begreifst, kommst du nie aus diesem Gefängnis. Du bist derjenige, der gefangen ist. Du lebst nur für die Freiheit. Du bist der Freiheit. Untertitelung des ZDF, 2020